Den Amateuren gehörte der heutige Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dem Mephisto Amadeus Horse Indoors im Preis der Firma Alpenspann siegreich in einer kleinen Tour, Brigitte Brömer aus Österreich. Brigitte, Gratulation zu deinem Sieg. Uns freut es sehr besonders, dass du ja Easy Motion Skin Teamreiter bist. Easy Motion Skin ja ein starker Partner auch hier bei dem Mephisto Amadeus Horse Indoors. Zuerst einmal, wie war dein Ritt? Wie hast du dich heute gefühlt? Ich muss sagen, die Bedingungen sind wunderbar. Meine Pferde springen sensationell, sind gut drauf und es freut mich, weil ich eine sehr lange Pause gehabt habe durch meine Verletzung und dass mein erstes Turnier jetzt wieder ist und das erste Mal im Sattel. Also bin ich mehr wie zufrieden. Jetzt hast du mit dem Bogen den Ball zugespielt, den Bogen gespannt zu Easy Motion Skin. Brigitte, erzähl uns ein wenig über Easy Motion Skin. Easy Motion Skin ist einfach eine neue Innovation, wo man das Training macht, eben in kurzer Zeit mit Elektrostimulation und was jetzt für mich speziell für den Reitsport sehr unterstützt mit der ganzen Rückenmuskulatur und die ganze Spannung für den Körper in kurzer Zeit nebenbei das Training mitmachen kann. Ja und wie kommt es, dass Easy Motion Skin sich hier gerade bei den Befisto Amadeus Horse Indoors so bemüht mitzuhelfen, auch mit der Charity Aktion zugunsten von Licht ins Dunkel mit dem Fehler beim Easy Motion Skin eine Spitzende Idee seitens eurer Marketing Abteilung. Fühlt sich Easy Motion Skin oder das Team von Easy Motion Skin besonders wohl hier in Salzburg? Salzburg ist ein sehr schöner Pflaster, also die Ambiente, die Leute, sehr gut besucht und ich denke mit Licht ins Dunkel, mit Gesundheit und was Gutes tun, passt das wunderbar zusammen. Perfekt. Dann wünschen wir dir und deinem gesamten Team von Easy Motion Skin noch ein erfolgreiches Finale. Schöne Tage und im Anschluss schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Euch auch. Vielen Dank.